Hey Leute und herzlich willkommen zu einem kleinen Video und zwar geht es wieder um einen Bug. Und zwar geht es um den Skyrim Bug, den ein Freund von mir aufgenommen hat. Er hat sich Skyrim gekauft, installiert und ja, da seht ihr, was passiert ist. Diese roten Ausrufezeichen, ja, das war es dann auch mit meiner Einleitung. Ja, dann würde mich über einen Kommentar freuen oder eine Bewertung und ja, bis zum nächsten Video. Haut rein! Untertitelung des ZDF, 2020 Hey, ihr da! Ja, endlich seid ihr wach! Ihr wolltet die Grenze überqueren, richtig? Seid genau in den Hinterhalt der Kaiserlichen geraten, genau wie wir. Und wie dieser Dieb da drüben. Verdammt sollt ihr Sturmmäntel sein! In Himmelsrand war alles in bester Ordnung, bis ihr gekommen seid. Das Kaiserreich hat uns in Ruhe gelassen. Hätten sie nicht nach euch gesucht, hätte ich das Pferd stehlen können und wäre jetzt schon auf halbem Weg nach Hammerfell. Okay. Thank you. Okay. Okay.